Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Part von Remnant from the Ashes. Wir sind hier in der Station 13 und haben den Reaktor zum Laufen gebracht im letzten Part. Uns für die Klasse Jäger entschieden und haben jetzt ein paar schöne Waffen bekommen. Schöne Fernkampfwaffe hier, ein Jagdgewehr und eine Pistole. Und jetzt müssen wir zu Commander fortzurücken, weil wir haben die Bedingung, dass sie uns rauslässt, erfüllt. Also meine Liebe, lass mich raus. Ja, und er sprach vom Gründer, meine Liebe. Ja. Seine Notizen würden sich wohl als nützlich erweisen. Nun gut. Reggie gibt sich wie ein alter Narr, aber sein Urteilsvermögen ist hervorragend. Sie haben sich bewährt, Fremdling. Ich bin bereit, Ihnen nach draußen zu helfen. Da sage ich doch nicht, nein, Achtung. Das war mein Energy Drink, Entschuldigung. So. Sie werden da draußen ohne Hilfe aber nicht lange durchhalten. Gehen Sie runter, um mit Riggs und McCabe zu sprechen. Sie werden Ihre Ausrüstung verbessern. Kehren Sie danach zu mir zurück. Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Ausrüstung bei Riggs aufwerten lassen. Jetzt kann ich wieder nach unten laufen. Danke für gar nichts. Meine Ausdauer ist jetzt halt nicht so geil. Ich kann nicht lange rennen. Der Riggs ist da... Drüben, oder? War hier die... Ja, er müsste hier drüben sein, oder? Bin mir grad... Nicht mehr... Ganz... Sicher. Nein. Hier ist er nicht. Geil. Wo ist denn der schon wieder? Kann ich auch eine Map öffnen? Super, aber steht nichts. Ja, danke für nichts. Riggs, Riggs, Riggs. Wo ist der? Hä? Ich weiß es nicht mehr. Der war doch hier irgendwo, verdammt. Sag mir jetzt nicht, ich find den nicht, Mann. Das war ja... Das war ja peinlich. Wenn ich den nicht finde. Das ist die Ash. Das ist der alte Narr. Wo ist Riggs? Where the fuck is he? Ne, da geht's wieder zum Reaktor nach unten. Och, Meno. Hey, du. Hey. Äh, Mann. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo dieser... Riggs... sich aufhält. Ich habe keine Ahnung. Wer der Mann ist. Oder ist er hier? Ne, da ist das Zimmer, wo ich geschlafen hab. Hä? Bin ich blöd, oder bin ich blöd? Oh. Dachte, ich kann da drüber klettern. Riggs, Riggs, Riggs. Wo bist du, Mann? Das ist er nicht, oder? Ne, das ist eine Frau. Das ist nicht Riggs. Hä? Bin ich blöd, oder bin ich... blöd? Ähm... Hä? Du bist auch nicht Riggs? Du, ah, das ist Riggs. Wo war denn hier der Eingang dafür? Ah. Alles klar. Gut. Hey. Ja, bitte. Ford meinte, wir sollten dich für die Stadt klar machen. Als Dank dafür, dass du uns geholfen hast. Ah, vielleicht können wir deine alte Klinge doch noch verwenden. Lass mal sehen. So, ich hab sechsmal Eisen bekommen und 150 Altmetall. Riggs wertet deine Schusswaffe und Rüstung auf, wenn du ihm die entsprechenden Materialien lieferst. Halte sie von besiegten Gegnern oder finde sie in der Welt. Es ist äußerst wichtig, deine Schusswaffen und Rüstung aufzuwerten, um die immer schwieriger werdenden Gegner des Spiels besiegen zu können. Gut. Da braucht's, hier braucht's vier Eisen für eine Ausrüstung vom Schwert. Generell braucht's für alles. Also ich denke, das Jagdgewehr rüste ich als erstes auf. Jagdgewehr aufwerten. Genau. Das macht sechs Schaden mehr, oder? Oder war das... Wie war's? Keine Ahnung. Ich hab auf jeden Fall kein Eisen mehr. Die Rüstung kann ich mit was machen? Mit Altmetall oder mit Geld. Machen wir die... Nee, ich kann gar nichts aufwerten. Das war's also schon. Die weitere Attribute... Ja, okay. 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 Hey, schon viel besser. Oh. Und nimm das hier. Das Material ist nicht das stärkste. Aber es sollte mehr Schutz als die alten Klamotten bieten. Ah, na also. So ist es stabiler. Jede Verbesserung hilft. Ah ja, es sieht doch schon angenehmer aus. So. Brauchst du das nicht selber? Zwar nicht viel, aber... Du hast uns geholfen. Jetzt helfen wir dir. Schau jederzeit vorbei, wenn du deine Waffen aufwerten willst. McCabe da drüben wird dir mit deiner Rüstung helfen. Mit ihr solltest du... Nur über die Arbeit reden. Ach, weißt du... Sie redet nicht gern mit Leuten. Ach, das klappt schon. Die wird mich schon noch sympathisch finden. Hallo. Du bist also der Streuner, von dem Ford erzählt hat. Streuner, hey, 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 hey. Wir haben auch ohne dich schon genug Mäuler zu stopfen. Offenbar genügt es Commander Ford, wenn man ein paar Saatkreaturen getötet hat. Wenn Ford meine Zeit mit jedem dahergelaufenen Streuner vergeuden will, werde ich hier was erzählen. Ich bin McCabe. Ich bin hier die Ingenieurin. Und du nervst mich jetzt schon. Hallo? Ich bin kein Altmetallhändler, klar? Ich arbeite nicht mit Müll. Ist immer so mies drauf. Das ist die Apokalypse. Ich bin so lange schlecht gelaunt, wie ich Bock drauf hab. Tch. Dann lass mal sehen, was du hast. Ist aber nicht so nett. Mehr bekommst du von mir nicht. Sammle weitere Komponenten, dann mach ich mehr. Für einen Preis. Geh jetzt. Hab keine Lust mehr auf dein Gerede. Ja, das ist klar. Danke. Ja, ja. Waffenmodus geben deiner Fernkampfwaffe das besondere Etwas. Mit einem ausgerüsteten Waffenmod stellt eine Waffe-Mod Energie her. Und wenn du Schaden an Gegnern verursachst, sobald die Energie voll ist, kannst du mit F den Waffenmod aktivieren. Einige Waffenmods aktivieren sich sofort, andere lösen einen alternativen Feuermodus aus. Durch den deine Waffe mächtige Projektile mit verheerenden Effekten abfeuert. Öffne das Inventar, um einen Waffenmod auszurüsten. Wähle dort deine Fernkampfwaffe aus. Und drücke X, um den Waffenmod einer Waffe zuzuweisen. Okay. Machen wir mal das Inventar auf. Und mit X eine Modifikation. Ich hab... Was hab ich da? Mal des Jägers. Machen wir das. Markiert alle Gegner innerhalb von 35 Metern um den Zauberwirkenden und dessen Verbündete. Die kritische Trefferchance gegen markierte Gegner ist um 10,5% erhöht. Bleibt 60 Sekunden lang bestehen. Okay. Hier kann ich nichts ausrüsten. Okay. Dann gehen wir mal zu Commander Ford zurück, würde ich jetzt mal behaupten. Hier hat es sogar eine Treppe. Ja, das Leben wäre viel einfacher gewesen, wenn ich hier runtergegangen wäre. Geiles Ding. Man hat sie ausgerüstet. Gut. Riggs und McCabe leisten hervorragende Arbeit. Ich hoffe, die Ausrüstung wird Ihnen auf Ihrem Weg helfen. Über die Tore können wir derzeit nicht nach draußen. Aber der Gründer, mein Großvater, hat mir vor Jahren diesen Schlüssel gegeben. Er sagte, wir sollen ihn nur verwenden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Nun, wir haben keine Wahl mehr. Sie haben schließlich Ihr Leben für uns riskiert. Also gebührt Ihnen die Ehre. Hier, im Hauptraum befindet sich ein Terminal. Verwenden Sie dort den Schlüssel. Mit etwas Glück können wir das Ding zum Laufen bringen. Ja, wenn wir uns selber in die Luft sprengen. Lassen wir mal, dass das nicht passiert. Ah ja. Du bist aber zuversichtlich. Gut. Ja. Und wo ist denn dieses Terminal? Unter uns oder wo? Äh. Ja, komm, renn. Ich denke, das hier ist das Terminal, ne? I sink so. Das hier. So, kein Unbefug. Ja, ja. Machen wir aktivieren. Oh, das ist doch schon aktiviert. Ah, hier kann ich den Schlüssel reinpacken. Gut. Up-Dip-Schlüssel. Äh. Ach so, ich muss mit Leertaste. Alles klar. Und jetzt? Beliebige Taste drücken, um fortzufahren. Station 13, Kommando und Steuerungsterminal. Up-Dip initialisieren. Ich hatte zuvor nur darüber gelesen und es nie selbst gesehen. Hä? Dieses... entschlossen, den Ursprung der Saat zu erfahren. Er verbrachte sehr viel Zeit da draußen. Und schließlich... Kehrt er eines Tages nicht zurück. Ich weiß nicht, was ihm zugestoßen ist. Ja, den finden wir sicher. Hat er etwas bezüglich der Saat zurückgelassen? Oder glaubst du, dass er noch lebt? Ne, das ist interessanter. Direkt außerhalb der Station gibt es einen Raum. Seine Notizen und andere Anhaltspunkte befinden sich dort. Wenn sie das Atoll erreichen wollen, dann ist er vielleicht der Letzte, der weiß, wie man dorthin gelangt. Hören Sie. Ich weiß, das alles ist nicht leicht. Das ist es für niemanden. Aber Sie haben uns geholfen. Dafür bin ich dankbar. Sie sind hier jederzeit willkommen. Viel Glück. Dankeschön. Wenn ich ein warmes Bett brauche oder kuschen will, dann gehe ich zu der Mac Cape. Ja. So. Hinweis. Drücke Space, um Angriffen auszuweichen. Dankeschön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, was passiert jetzt? Diese Sitzung kann nun beigetreten werden. Achso. Ja. Den roten Kristall in Station 13 aktivieren. Und wie zum Fick mache ich das? Das ist ein Checkpoint. Okay. Aber wie komme ich denn da raus? Einfach nur berühren. Abenteuermodus ist nun verfügbar. Der Abenteuermodus kann am Weltenstein in Station 13 unter Welteinstellungen aufgerufen werden. Du kannst jederzeit eine Kampagne und einen Abenteuermodus aktiv haben. Verwende die Welteinstellungen, um zwischen Kampagne und Abenteuermodus zu wechseln. Okay. Ähm. Was sind denn die Welteinstellungen? Achso. Das ist die Kampagne. Ja, dann reisen wir mal zum Versteck des Gründers. An diesen Ort reisen. Gerne. Das älteste Metall der Welt. Zumindest der heutigen Welt. Eisen. Ja. Ja. Als wenn ich in welchem Jahr sich das abspricht. Forts und das Schlupf durchs... Plötzlich sind wir wo anders? Wir müssen nur einen Stein berühren und plötzlich sind wir... An einem unbekannten Ort. Alles klar. Na dann untersuchen wir mal den Ort. Hier kommt sicher... Okay. Was ist das? Ich liege im Sterben. Es besteht kein Zweifel. Ich dachte immer, die Saat würde mich holen oder dass ich wie du nie sterben würde. Aber wir können nicht alle Helden sein. Weißt du? Dass du der Einzige in der Welt bist, der glaubt, der könne die Saat aufhalten. Die anderen von uns versuchen einfach so gut wie möglich zurecht zu kommen. Elmen, dich müssen ohne dich auskommen. Ich werde dich nicht noch einmal bitten zurück zu kommen. Denke nur nicht, dass du für uns Opfer bringst. Wir haben schon genug geopfert. Ich werde immer deine Tochter sein. Nadine. Achso, ich hätte es noch so machen können. Ja, ich habe es auch so gelesen. So, dann hier. Komm. Ey. Ich will die grüne Flasche mitnehmen. Eine Magnetkarte und... Was ist das? Lie... Nach Verzehr wird der Spieler zum Checkpoint, der zuletzt aktiviert wurde, zurückkehren. Okay. Ah, das ist ein Quest-Ging schon. Ford hat sie in einem Unterschlupf hinterlassen. Er wollte sie offenbar keinem in der Station anvertrauen. Okay. Ja. Und ich will jetzt das Öl-Elixier, bitte. Noch mitnehmen. Ah, so. Und was bringt mir das Öl-Elixier? Entfernt verseucht und erhöht den Fäulniswiderstand um 30%. Bleibt 10 Minuten lang bestehen. Okay. Das kann ich nicht aufmachen. Was ist das denn? Irgendwas von der Saat. So. What is the... Labyrinth? Labyrinth. Massivtower. Appears at certain locations. Entrance to other dimensions. Die Frage. The old church? Okay. Ja. Alles klar. Kann ich das auch mitnehmen? Kann ich nicht. Was ist das? Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dass es mir leid tut. Ich weiß, dass Worte es nicht wieder gut machen können. Es ist Zeit zu gehen. Ich gehe, um mit der Saatmutter in der alten Kirche hinter der U-Bahn... hinter den U-Bahn-Tunneln zu sprechen. Sie wird mir den Weg aus dieser Welt zeigen. Und dann werde ich gehen. Alles klar. Ich muss den Eingang zur U-Bahn... finden. Und jetzt sind wir draußen. Da hinten ist schon ein bisschen was von der Saat. Ist das weit weg, die... U-Bahn? Keine Ahnung. Gründer Ford kannte einen Weg zum Atoll, aber er ist seit Jahren verschollen. Ich habe eine Notiz gefunden, auf der steht, dass er sich zur sogenannten Saatmutter in der alten Kirche auf der anderen Seite der U-Bahn aufgemacht hat. Vielleicht weiß diese Saatmutter, wo sich der Gründer... Also ich denke, wenn die nicht reden können und uns eh alle töten wollen, dann wird diese Saatmutter uns, denke ich mal, nicht unbedingt helfen. Da komme ich nicht rein. Schön. Dann muss ich hier durch. Joa. Okay. Dann töten wir die mal. Sind wenigstens mittlerweile, äh, One-Shots. Joa. Oder? Ne, nicht ganz. Fast. Ist da noch einer oder? Wir haben was. Aua! Hat wehgetan. Entschuldigung fürs Schreien. Ist hier oben noch irgendwas? Ich habe was gehört. Nichts Schönes. Was ist das? Sekundäre Munition. Wieso immer nur sekundäre? Hier ist doch noch was. Blutwürze. Geiles Ding. Was ist das da? Nein, nichts. Ein Hydrant. Oh, hallo. Hallo. Ich wusste doch, dass hier noch irgendwas sein muss. So, Altmetall gefunden. Geiles Ding. So, was hat's hier denn noch so? Jetzt tauchen sie dann wahrscheinlich wieder auf. Die bösen Gestalten. Ich hoffe es mal nicht, ne? Weil ich bin ja ein Fernkämpfer. Wäre alles andere als... Ein Checkpoint ist da hinten. Ah ja. Dann machen wir die Tür auf hier. Geht nicht. Das geht auch nicht. Schön. Ja. Wie komme ich denn da hin? Und wie muss ich doch da reinkommen? Ja, hier. Komm, geh doch da rauf, Mann. Okay, er will nicht. Gut, dann ist halt... Das kein... Checkpoint. Ich höre wieder was. Und das heißt nichts Gutes. Was ist das? Kann ich das lesen? Ne. Ah, Altmetall. Geil, also wenn ich die Sachen kaputt mache, kriege ich auch Altmetall oder so. Guck mal. Zack. Das ist doch geil. So, ich höre was Unschönes. Ah, gib mir doch das Altmetall. Komm ich da rein? Da komme ich nicht rein. Oh, irgendwas ist da oben. Irgendwas ist hier oben. What the hell is this? Ja, etwas Totes. Oh Gott. Aber jetzt. Ah ja. Ah ja. Es sind tatsächlich One-Shots, die ich mache. Alle schon tot. Habe ich ein gutes Aiming oder habe ich ein gutes Aiming? Ah, sensationell war das gerade. Was ist mit dir? Drei Schüsse gebraucht für dich, ey. Schwach. Was ist los? Da hat es noch mehr von den Boys. So. Schön Munition. Da ist auch einer. Äh, 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 äh. Halt die Schnauze. Oh shit. Ah, da muss ich kurz die Waffe wechseln. Alles klar. Von Modi kommen. Oh fuck, jetzt habe ich. Och shit. Das war dumm. Ich wollte Waffe wechseln eigentlich. Ich bin es mich gewohnt, den Shootern mit E. Äh, mit 1 die Waffe zu wechseln. Naja. Kann passieren. Jetzt habe ich halt das Einzige, was mich noch heilen kann, getrunken. Naja. Kann ich hier noch was lesen? No. Okay. Äh. So, gehen wir mal nach unten. Ich höre irgendwas Großes, Dickes. Irgendwas Großes, Dickes höre ich. Oh shit. Waren das alle? Ne, da hinten ist Rai da. Oh, das ist er, der Große. Oh shit. Holy shit. Der Typ macht Damage. Ah ja. Oh. Würdest du es bitte sein lassen? Okay, okay, okay. Oh fuck, da ist noch einer. Ja, ja. Ist okay, ist okay. Hat es noch mehr? Ja, 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 ja. Ich weiß schon, du bist mad, weil ich in dein Gebiet eingedrungen bin. Ne, 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 ne. Laden wir mal hier nach. Ah, da, 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 da. Ah. Das war ein Böser. Habe ich viel Munition verbraucht. Ah ja, 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 du. Aber ich kriege wenigstens wieder Munition. Ich habe jetzt halt nicht mehr so verdammt viel Leben. Aber ich habe dreimal Drachenherz. Das ist ja schon mal geil. Laden wir mal nach hier. So. So ein Checkpoint wäre halt noch was. Hübsches, ne. Wäre wirklich schön. Oder war es für ein bisschen Heilung? Würde ich auch nicht nein sagen. Die Frage ist jetzt halt nur, wozu fick muss ich denn hin? Hey, lass den Scheiß. So. Wieder rein in die gute Stube. Da hinten war nämlich noch... Ah ja. Altmetall. Was haben wir denn hier unten? Also Gegner sicher nicht. Alle in diesem Haus müssten mittlerweile... ...eliminiert sein. Rufig zumindest. Dann können wir eigentlich nach draußen gehen. Dort, wo es ganz böse wird. Ja, komm. Drei Schüsse. Auf die Entfernung. Oh, zweimal Eisen. Kann ich mit der Waffe wieder verbessern gehen. Das ist natürlich, äh... ...ne geile Sache. Ja, da... ...I'm early. Ist cool. Gut. Diese. Bisschen Altmetall. Nehmen wir alles mit. Autos kann ich natürlich nicht kaputt machen mit dem Schwert. Ha. Das wäre dann auch wirklich... ...komisch. Da haben wir noch einen. Da ist auch noch einer. Da ist noch einer. Ja. Das haben zwar ein paar Schüsse gebraucht, aber das sieht mir nach Muniz... Ne, das ist keine Munition. Primäre Munition. Sind das Blaue da hinten? What the fuck is that? Blau ist cool. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Was ist das? Wand des Wissens. Drücke T, um einen Eigenschaftspunkt zu verteilen. Okay. Mehr Gesundheit, mehr Ausdauer oder mehr Reichweite der Gegnerwahrnehmung. Ne, ich will mehr Gesundheit. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben ein Buch gefunden, was uns Wissen gegeben hat. Wissen nehme ich immer mit. So. Bin mir sicher, hier hat es noch Gegner. Die sind da drin. Dann statten wir ihnen doch mal einen Surab. Soll ich? Weiß es nicht. Gut, da ist wieder so ein großer. Oh Gott. Ja, wenn ich jetzt halt einen töte. Hey, hey, hey. Kommen sie alle. Okay. Hier drin ist schon mal nichts. Hier drin ist wirklich nichts. Habe ich denn hier wieder für einen Raum gefunden. Den einzig... Den einzig unbrauchbaren Raum habe ich gefunden. Super. Altmetall. Oh, noch mehr Altmetall. Hey, damit. Da oben ist wieder so ein großer Bängel. Oder? Oh Gott. Ist das wirklich gut, was ich hier mache? Ist das wirklich gut, was ich hier mache? Ist ja gar nichts. Doch da hinten ist was. Das war aber nur ein ganz normaler. Muss ich kurz zum Ohr kratzen. So. Komm, mein Kleiner. Ich habe eine Überraschung für dich. Auf zu stöhnen. Hm. So, nochmal Eisen. Schön. Oh, jetzt hat er mich glaubt gesehen. Ja, jetzt haben sie mich gefunden. Was haben wir hier noch? Eisen. Geil. Oh, das war der einzige. Und dann her mit dem Altmetall, was es hier gibt. Ich weiß doch nicht, für was ich das Altmetall brauchen kann. I don't know. Aber. Irgendwie werde ich das ja schon brauchen können. Laden wir mal nach. Sicherheitshalber. Da hinten ist noch einer ganz alleine. Wieder drei Schüsse brauche ich. Das ist Munitionsverbeudung. Nämlich mal die Sekundär. Ne, das ist eigentlich die Primärwaffe, weil ich habe vorhin Primärwaffenmunitionen verbraucht. Oder bekommen, besser gesagt. Und es hat die kleine Pistole aufgefüllt. Oh Gott. Na, das sind jetzt einige. Passt das? Sieht so aus. Oh ne, es war es noch nicht. Oh, ich habe wieder einen Eigenschaftspunkt. Dann machen wir als nächstes Reichweite der Gegner. Oder nochmal gesunder. Komm, wir machen nochmal die Gesundheit. Wieso nicht? So. Altmetall. Primäre Munition. Primäre Munition. Geil. Jetzt habe ich für diese Dreckspistole mehr als genug Munition. Ah ja. Das kannst du dann wiederum nicht kaputt machen. Ist hier irgendwas da unten? Ich sehe nichts. Wenn wir hier noch Schönes, gar nichts. Das kann ich aber kaputt machen. Oh, da haben wir nichts. Dann gehen wir mal nach unten. Oh, das hat Damage. Jetzt habe ich Damage bekommen. Really? What a joke. Oh, da ist noch was. Eisen. Da ist wahrscheinlich auch nochmal Eisen. Oder was haben wir hier? Eisen. Wunderbar. Ich habe zwar keinen Dunst, wo ich bin. Aber ich würde mal sagen, für heute ist gut, ne? Muss ja nicht zu lange gehen, der Part. Ah, hier war ich vorhin schon. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ähm... War's das für heute? Ja? Dann geht's morgen weiter. Ich bedanke mich recht, recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunder, wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Das ist ja jetzt.